Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu eurem neuesten Brain-Nag. Dieses Mal habe ich mir etwas Wierigeres ausgedacht, liegt aber eher daran, dass ich nicht viele Marker verwenden werde. Kommen wir aber erstmal kurz zur Auflösung der letzten Woche, also vom vergangenen Freitag. Wir hatten dort den Begriff Pflanzen gesucht. Ihr erinnert euch, Bewegung für Mann, für Frau, mit Händen, Füßen und Musik. Man dreht sich im Kreis, das macht Spaß. Naja, okay, kommen wir zu dem heutigen Rätsel. Und bei diesem Rätsel möchte ich einmal ausprobieren, wie das klappt, wenn ich wirklich mal gar nichts dazu sage. Naja, fast gar nichts, ihr kennt mich. Eine Neuerung habe ich direkt für euch, nämlich, ich konnte alle Begriffe jetzt erstmal aufs Deutsche übersetzen. Also hier waren vorher die ganzen englischen Begriffe drin. Wir haben jetzt überall deutsche Begriffe stehen. Das heißt, wenn ich einen Stein jetzt setze, kann ich mal kurz auf das Feld halten, damit ihr die Bedeutung dieses Feldes nicht erst im Internet in irgendwelchen Tabellen oder sowas nachschlagen müsst. Joa, fangen wir mal direkt an. Wir suchen heute, und das ist das Letzte, was ich sage, einen Theaterfilm-Kamera-Ausschnitt. Oder etwas zum Thema Theaterfilm-Kamera. Okay, das war's an der Stelle auch schon wieder. Wenn euch mein Channel gefällt, vergesst nicht, ihn zu liken, ihn zu abonnieren. Vor allen Dingen, das Abonnieren ist wichtig, damit ihr keinen Brainsnack mehr verpasst. Und ansonsten kriegt ihr diese Lösung am Freitag. Bis zum nächsten Mal, euer Panemats Rezensis.